Leute, ich brech zusammen. Nicht nur, dass ich ein bisschen krank bin im Moment wieder. Sorry, falls ich mal zwischendurch husten muss oder so. Aber ich hab schon wieder diese Speicherdiskussion. Und ihr wisst ja, ich mag diese Speicherdiskussion nicht. Ich hab das mit den Speichern schon so oft erklärt. Jetzt muss die Kamera nochmal ein bisschen anders hinstehen. Und ja, ich glaube, ich muss nochmal wieder ein Video über das Thema Größe von PV-Speichern machen. Liegt natürlich auch ein bisschen daran, dass ja ganz viele neue Zuschauer dazu gekommen sind, die das noch nicht so von mir gehört haben. Und denen das auch einiges nicht klar ist. Viele Neulinge durch KfW 442. Und vielleicht muss ich deswegen dann doch nochmal wieder was zum Thema Speichergröße sagen. Und explizit über Einflüsse von Verbrauchern auf Speichern, wie sich das dann alles darstellt. Okay, egal. Ich sag erstmal Moin, hallo Leute. Hier ist wieder euer Thorsten aus Weißnichts Welt. Bevor ich mit dem Video beginne, möchte ich mich wie immer mal kurz bedanken beim Florian, beim Jochen, beim Felix und beim Lars, die mir über Paypal, der Link ist ja immer in der Videobeschreibung, kleine Geschenke zur Unterstützung gesendet haben. Ich danke euch für die Unterstützung meines Kanals. Finde es schön, dass euch das alles hier so gefällt oder dass ich euch helfen konnte. So, man sieht, dass es heute hier auch so ist. Es ist ein Herbsttag in Norddeutschland. Es ist von sonnig bis regnerisch alles dabei. Zwischendurch kommt die Sonne raus. Dann regelt hier mein Licht nicht richtig nach. Die Kamera regelt aber nach. Und dann werde ich vielleicht ein bisschen dunkler. Verzeiht mir das. Ich finde das schön, wenn auch ein bisschen Licht von der Natur mit ins Haus reinkommt. Und deswegen lassen wir das heute mal so. Aber das ist eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Denn logischerweise in dem Moment, wo die Sonne dann mal rauskommt, arbeitet meine Photovoltaikanlage mehr. Und wenn die Sonne nicht so stark scheint, dann eben weniger. Und dafür habe ich ja einen PV-Speicher. Nämlich für meine Nacht. Und um das Thema geht es heute auch wieder um die Speicher. Beziehungsweise um den Speicher-Wahnsinn, der ein bisschen mit erzeugt wird durch eine Förderung, die ein bisschen, ja, wie würde man sagen, leicht untauglich gestaltet wurde. Und logischerweise meinen gerade viele Neulinge, dass es da einen Sinn hintergibt, der aber leider nicht da ist. Also, PV-Speicher, das ist dazu zu sagen. Man produziert ja am Tag eine Menge Strom. Und nachts verbraucht man Strom, wenn die PV nichts produziert. Und dafür brauchen wir einen PV-Speicher. Das heißt, wir brauchen den PV-Speicher für den Verbrauch einer Nacht. Das ist eigentlich das Einfachste. Denn die Dimensionierung eines PV-Speichers ist eigentlich relativ einfach. Zumindest in meiner Welt. Und hier sage ich ja, bei Weißnichts Welt. Eigentlich sagt man, man nimmt einen Verbrauch jetzt so im Oktober, um diese Zeit Mitte Oktober oder eben Anfang März. Ein Nachtverbrauch. Das ist eine Zahl. Die hat einen gewissen Kilowattstundenwert. Kann man vom Zähler ablesen. und man sagt, wie viel KWP habe ich auf dem Dach und man nimmt die Hälfte davon. Sonst habe ich zwei Zahlen. Meinetwegen, ich habe sechs Kilowattstunden Nachtverbrauch und ich habe eine 15-KWP-Anlage, die ich aufs Dach kriege. Das heißt, ich habe zwischen 7,5 KWH und meinen 6,5 KWH oder 6 KWH Nachtverbrauch ist irgendwo die optimale Speichergröße beziehungsweise in diesem Rahmen spielt sich das ab. Und je nach Preis des Speichers, man kann dann ja auch ein bisschen variieren. Manchmal ist ja der nächste Speicher gerade der 7er und dann nimmt man halt den 7er oder es ist halt der 5er und dann nimmt man den 5er. Egal. Der kleine Speicher lohnt sich logischerweise schneller als der große. Das ist ganz logisch, denn der große wird im Sommer dann zu oft nicht geladen. Denn das ist ja der Nachtverbrauch im November beziehungsweise im Oktober oder eben im März und nicht der im Juni, Juli, der immer niedriger liegt ungefähr. Naja, grob die Hälfte von dem, was man so im Winter hat. So. Und nun gibt es im Moment aktuell Diskussionen, weil ja, wie gesagt, es werden ja 12 KWh Speicher gefördert bei 10 KWP Dachleistung. Und komischerweise gerade die, die die kleineren Anlagen bauen, wollen übergroße Speicher machen. Dann habe ich aktuell einen Fall und ich will mich jetzt nicht über einzelne Zuschauer irgendwie mokieren. Also das liegt mir total fern. Aber es ist ein schöner Beispielfall, weil der versteht es einfach nicht, warum es so ist, was ich sage und warum das total ein Unsinn ist, was er im Kopf hat. Und ich versuche, wenn ich das jetzt dem erklären kann mit diesem Video, dann kann ich es hoffentlich auch irgendwie allen erklären. Ich versuche es wirklich mit allem, was mir zur Verfügung steht, das zu erklären. Also der Fall ist folgend. Er hat einen Verbrauch von irgendwie 18.000 KWh Strom im Jahr. Gut. Und kann aber auf sein Dach und wir haben das schon wirklich alles ausgereizt, so irgendwas mit 16 KW Peak bauen. Das heißt, schon da gibt es eine Gap. Das heißt, er kann 2000 KWh, die er im Jahr verbraucht, schon gar nicht produzieren. Nun ist das Schlimme an der Sache, das Schlimme, eigentlich ist das was Schönes, dass dieser hohe Stromverbrauch nicht irgendwie so vom Himmel fällt. Das ist auch nicht alles reiner Komfortstrom. Nein, es ist auch das E-Auto dabei mit einem gewissen Stromverbrauch. Aber das E-Auto ist recht volatil. Das kann man immer im Sommer ja sehr schön auch bei Sonne laden. Das ist ja alles, das fällt ja wenig in diesen Bereich Speicher rein. Sollte es eigentlich nicht. Ihr wisst ja, man soll ein E-Auto eigentlich nicht aus dem Speicher laden, wenn man es irgendwie vermeiden kann. Also ist das E-Auto bei der Speicherberechnung, eher raus. Man kann so ein bisschen bei der Speicherdimensionierung das E-Auto ein bisschen berücksichtigen, wenn man, sagen wir mal, oft in dieser Übergangszeit, wo die Sonne um 6 Uhr schon Feierabend macht, mehr oder weniger, wenn man dann erst um 4,5 Uhr nach Hause kommt, dass man vielleicht in diesen 1,5 Stunden noch ein bisschen aus dem Speicher dazunehmen kann, um das bisschen, was von der Sonne kommt, auf einen vernünftigen Wert zum Autoladen zu bringen. Da will ich auch gar nicht gegen sagen, dass man 10, 20 Prozent der Autoladung dann aus dem Speicher holt. Aber dafür braucht man keinen riesen Speicher bauen, weil das macht dann auch keinen Sinn, weil, wie gesagt, man hat immer auch sowieso Verluste aus dem Speicher, also zum Speicherladen und man potenziert die Verluste damit nochmal. Also es ist nur mehr diese Schalthysterese an der Wallbox für das Überschussladen und dergleichen zu decken. Dafür braucht man 1, 2 kWh Speicherleistung eventuell. Gut, und dann ist aber das andere Ding und das ist eine lustige Sache und das habe ich jetzt in letzter Zeit auch sogar von Solateuren gehört, beziehungsweise dass Solateure das ihren Kunden erzählt haben. Und zwar ein Großteil des Verbrauchs bei dem Zuschauer kommt von einer Wärmepumpe. So. Und er meint, dass wenn er jetzt den Speicher größer hätte, dann würde er die Wärmepumpe mehr aus dem Speicher ziehen können. Rein in der Theorie ist das natürlich ja nicht so dumm. Das Problem dabei ist nur, dass wenn die Wärmepumpe läuft, verbraucht sie den Strom, der aus der PV kommt, denn die ist ja nur 16 kWp groß, verbraucht sie dann am Tage. Das heißt, es kommt im Speicher überhaupt nie irgendwas an, was nachts verbraucht werden könnte. Leider sind auch die üblichen Simulationsprogramme für dieses Thema komplett ungeeignet. Ich habe von einer einem Netzbetreiber beziehungsweise eigentlich von einem Versorger vor kurzem eine E-Mail erhalten, dass es da gerade arbeiten für ein besseres Simulationsprogramm gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da noch nicht mal zurückgeschrieben. Ich habe es einfach noch nicht geschafft, weil das kam genau in diese KfW442-Zeit. Also ich grüße mal kurz, falls du mich siehst. Ich werde mich melden. Vielleicht mache ich im Anschluss dieses Videos mal eben ganz schnell eine E-Mail fertig. Ich bin da durchaus interessiert an einem vernünftigen Simulationsprogramm, weil die Gängigen halt alle immer das Standardlastprofil zugrunde legen. Und nun möchte ich aber eigentlich mal so ein bisschen versuchen, es deutlich zu machen, wie das so im November und dergleichen ist. Und ich habe dazu mal einfach meine eigenen November-Daten aufgerufen. Also nur mal der November, wo also er jetzt zerdenkt, beziehungsweise hier ist der November im 2022, also letztes Jahr, da habe ich das erste Mal mit der Klimaanlage geheizt. bis zu dem November 23. ist noch die 11,36 Kilowatt Peak-Anlage am Start. Das heißt, ein bisschen kleiner als das, was da geplant ist, aber dafür ist ja auch mein Hausverbrauch entsprechend niedriger. Ich habe ja nur 2200 Kilowattstunden sonst im Haus und dann wie gesagt das Heizen dazu und dann auch mit Klimaanlagen, also sehr gesteuert möglich und nicht hier dieses, was eine Wärmepumpe macht, dass sie halt einfach am Tag einschaltet. Und da sieht man hier genau, wie viel Strom, man sieht also November 23 kam die neue Anlage dazu und deswegen ist hier hinten am 24. und auch am 25. eine ganz, ganz, ganz bisschen Netzeinspeisung. Aber wirklich nur ganz, ganz, ganz bisschen. Da sind wir also schon bei 25 kWp Leistung und ich habe eine Netzeinspeisung von 0,39 kWh. Und wie gesagt, ich habe einen 5er Speicher, das heißt, hier würde ein 5,39 kWh Speicher wäre dann voll und dann hätte ich keine Einspeisung. Also so ist das Verhältnis im November, wenn man mit Strom heizt. das muss man sich einfach mal klar machen. Da ist nichts mit noch mehr Einspeichern. Ich habe da, wie gesagt, den 5kWh Speicher schon immer nicht unbedingt voll gekriegt. Ich kann ja mal hier so gucken. Da habe ich die Batterielandung mit 4,81, aber da haben wir so Tage wie der 17. Mal eben kurz gucken, habe ich den hier, das ist 21, irgendwo hatte ich noch, genau, hier ist der 17. 11. 22 mal. An so einem Tag ist nichts mit Speichern oder sonst irgendwas. Was da heißt, dieser ganze Verbrauch kommt hier aus dem Netz. Da ist also gar nichts besprochen. Das war natürlich einer der schlimmsten Tage, 16. 17. Ich kann den 16. da auch noch mal aufrufen, um das mal zu zeigen. Da dauert es auch mal wieder einen Augenblick. Auch hier sieht man, dass da also nichts groß aus der PV ist. Ganz bisschen hier unten, aber das meiste ist Netz, 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 Netz. Da ist also kein großes, kein großes Gewinne zu machen mit Speichern und dergleichen. Und dann habe ich hier nochmal den Dezember. Da habe ich zwar so einzelne Einspeisungen, seht ihr ja auch, obwohl hier Netzbezug ist. Diese Einspeisungen resultieren aber daraus, dass ich den zweiten Wechselrichter nicht in den Speicher habe arbeiten lassen. Das werde ich diesen Winter anders machen, sodass der Speicher dann weiter gefüllt wird. Also das hätte größtenteils noch in meinen 5er Speicher auch reingepasst. Hier vielleicht mal nicht. Da haben wir eine Einspeisung von 3,45 gehabt. Da hätte es wahrscheinlich nicht gepasst. Aber die anderen Tage hätte es wahrscheinlich gepasst. Das heißt, der 5er Speicher wäre da dann voll geworden. Aber wie gesagt, wir reden bei dem Zuschauer über einen Verbrauch von 18.000 Kilowattstunden übers Jahr und einem 16er Speicher, den er dann noch füllen wird. Das heißt, dadurch, dass der Verbrauch natürlich höher ist, logischerweise wird dann der 16er Speicher noch weniger gefüllt als ein 5er. Also den 5er würde er vielleicht noch voll kriegen. Das ist eigentlich auch meine Empfehlung gewesen, weil er eine Wärmepumpe hat. Bau eigentlich den 5er Speicher, den du für die Förderung brauchst. Der ist immer schon groß genug. Der wird sich richtig schön bezahlt machen. Nämlich mehr oder weniger ist er ja geschenkt. Dadurch, dass er eben da entsprechend immer die 5 auch wirklich ausnutzen kann und auch im Winter vielleicht öfter nochmal die 5 ausnutzt. Wobei ich glaube, dass der 5er Speicher schon im Dezember auch nicht voll würde bei ihm. An einer 16er Anlage, wie gesagt, das was eben jetzt war, ist ja der Dezember 2022. Das heißt schon mit meiner vollen PV-Leistung, die ich jetzt aktuell auch habe, also 25,5 KWP. Der 16er Speicher wird sich dann niemals füllen. Der wird gar nichts abbekommen. Im Gegenteil, der wird Netzbezug veranstalten, weil er will ja eine Erhaltungsladung machen. Das heißt, ein so überdimensionierter Speicher zieht dann immer Strom aus dem Netz, weil er ja am Leben bleiben will. Statt dass er euch irgendwie hilft, Strombezug zu vermeiden, verursacht er sogar Strombezug. Ist sehr unangenehm. Aber könnt ihr mal Martins Videos sehen vom letzten Winter. Der hat da ja auch ein paar Videos gemacht, wo er die Wärmepumpe dann schon am Laufen hatte. Ich glaube, sein Dezember und Januar Video, das ist glaube ich schon ganz eindrucksvoll. Da hat er das ganz gut gezeigt. Ihr wisst ja, Martin, kanalgewaltig, nachhaltig, ruhig auch mal reingucken, weil der hat, wie gesagt, auch die Wärmepumpe am Start. Da kann man das auch mal schön sehen, wie dieses Lastprofil sich verändert, wenn man eine Wärmepumpe benutzt. Bei meinen Klimaanlagen Heizung immer dann, wenn sie Lust hat und nicht, wenn man auf den Knopf drückt und das ist noch mal ein bisschen schlechter. Gut, und dann hat der Zuschauer mir gesagt, naja, er hätte ja Simulationsprogramme bei PV Sol und, 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 und dann würde er so und so viele tausende Kilowattstunden mehr verbrauchen aus dem Speicher, wenn er den Speicher größer macht. Da muss ich ehrlich sagen, das ist natürlich totaler Nonsens. Wie gesagt, er hat, er kriegt ja nur eine 16 kWP-Anlage maximal auf sein Dach. Er hat 18.000 Kilowattstunden Verbrauch. Das heißt, letztlich kann er sowieso schon nicht alles decken, selbst wenn, ja, wie gesagt, es ist eigentlich unmöglich, weil die Anlage schon gar nicht so viel produziert, wie er, ähm, verbraucht. Und, wenn man sowas hat, wie so eine Wärmepumpe und auch das E-Auto, das schon sehr volatil ist, dann kriegt man automatisch auch schon eine hohe Autarkie. Das heißt, witzigerweise, im Standardlastprofil würde er eine Autarkie von gerade mal 30, 35 Prozent haben oder dergleichen. Durch das E-Auto und die Wärmepumpe wird er aber wahrscheinlich schon ganz von alleine auf 50 Prozent landen, wenn er das alles noch ein bisschen ordentlich steuert. Das heißt, die Wärmepumpe vielleicht tagsüber ein bisschen überheizen lässt und den Estrich speichern lässt und, und, und. Gerade in der Übergangszeit, wo er dann vielleicht noch ein bisschen mehr Strom vom Dach hat, dann hat er sogar noch eine höhere Autarkie. Das heißt, er kriegt dann da locker auch eine 55 bis 60 Prozent hin. Da empfehle ich mal das Video von Marian. Ja, egal, das war mal, der hat das zum Beispiel auch so, der hat gar keinen Speicher und hat auch irgendwie eine mega hohe Autarkie komplett ohne Speicher. Das ist eigentlich ein ganz interessantes Video zum Thema. So, nun ist die Frage, wieso kann das denn überhaupt gar nicht funktionieren? Also, wieso sind denn, das Problem ist ja, dass diese 16.000 Kilowattstunden fallen ja auch nicht so an, wie man sie verbraucht. Das heißt, sie fallen eben nicht im Winter an, wenn man sie verbraucht, sondern sie fallen auch viel im Sommer an. Das heißt, er wird trotzdem eine hohe Einspeisung haben, die er aber gar nicht verhindern kann mit einem Speicher. Und ich habe jetzt mal hier von 2021 einfach mal das Ja aufgerufen. Mein 2022 ist ja leider, wisst ihr ja, durch die Problematik mit der neuen PV und dass dann die Diagramme durcheinander gekommen sind, leider nicht so schick, aber das habe ich von der kleineren Anlage genommen. Und wie gesagt, ich habe 2.500 Kilowattstunden Jahresverbrauch. Das sieht man hier, hier sind immer diese schwarzen Balken, das ist immer der Verbrauch in dem Monat. Man sieht also hier schon zum Beispiel im März relativ viel Strom im Februar ist die Anlage erst gebaut worden, im März relativ viel Strom verbraucht habe und damit relativ, ja, mit ein bisschen Netzbezug rausgekommen. Im April habe ich noch ganz, ganz wenig Netzbezug gehabt. Aber man sieht aber, dass hier der Strombezug deutlich, da ist er etwas höher, dann fällt er und im Juni, Juli ist natürlich der Strombezug und August ist der Strombezug mit am niedrigsten. Und dann fängt er wieder an und steigt wieder zum Jahresende. Bei mir ist das durch die doch verhältnismäßig große Anlage zur, ich habe ja, die Anlage war ja fünfmal so groß wie mein Stromverbrauch, ist es natürlich nicht ganz so deutlich. Wenn ich jetzt das aktuelle Jahr rausnehmen würde, ist es noch schlimmer. Kann ich euch gleich aber auch noch zeigen, das 23er Jahr. Man sieht aber natürlich, dass man immer im Sommer, logischerweise, diese Gap ist immer im Sommer maximal. Das heißt, selbst wenn ich im Jahr 18.000 Kilowattstunden Strom verbrauche, werde ich natürlich nicht hier einfach alles verbrauchen und nichts mehr einspeisen. Da kann ich den Speicher, so groß kann ich ihn ja gar nicht machen. Der Speicher wird ja nicht hier was speichern und da wieder ausspeichern, sondern der Speicher kann nur die nächste Nacht und der will, irgendwann ist er voll, dann ist das Thema durch. Das heißt, der Speicher nützt mir im Juni, im Mai, Juni und Juli schon mal fast nichts. Außer eben den Nachtverbrauch im August halt auch noch nicht, im September hier würde er mir auch noch nichts nützen. Und er hat also wirklich seine Glanzzeiten dann in der Übergangszeit, das ist hier noch der Oktober, ein bisschen der November, das war bei 21, da habe ich noch nicht mit Strom geheizt. Wie gesagt, in 22 habe ich ja eben gezeigt, bleibt schon nichts mehr über. Der optimale Speicher ist also so, dass er dann hier im Oktober und im März perfekt läuft. Dann läuft er im Sommer eigentlich nicht so perfekt, weil er zu groß ist und im Wind zu klein, ja, ist er auch zu groß, weil er nicht über Nacht nicht das verbraucht, was im Speicher ist. Und im Winter ist er dann auch zu groß, weil man am Tag nicht das reinladen kann, was da über Nacht verbraucht wird. Also er ist eigentlich zu klein für die Nacht, aber eben doch zu groß, weil so viel Strom nicht über ist am Tage. Also hier nochmal mein Appell, macht diese Speicher nicht so überdimensional groß, das kostet euch nur Geld, ihr müsst den Speicher ja auch den Anteil müsst ihr bezahlen. Ihr kriegt den ja nicht geschenkt, ihr müsst ja trotzdem noch was dafür bezahlen und natürlich schadet es dem Planeten, wenn ihr dem Ressourcen wegnehmt, die ihr gar nicht benötigt. Man sollte immer versuchen, seinen Ressourcenverbrauch auf einem Level zu halten, was notwendig ist. Ob der Speicher überhaupt notwendig ist eine Sache, aber wenn man das dann schon will, das ist ja auch in Ordnung, Speicher machen Spaß, aber dann auf dem Level, dass das auch Sinn ergibt und nicht sinnfrei irgendwie einfach 10 Kilowatt Speicher zu viel kaufen, die man sich da nur hinstellt, damit sie da stehen. Es wird nicht funktionieren. Das ist, der Zuschauer hat zum Beispiel gesagt, das wäre ja ein Gefühl von mir und ich glaube, Moving, ich weiß nicht, Moving Picture oder so, ich weiß nicht, wie er heißt, hat auch was dazu geschrieben und hat das auch kommentiert und genauso kommentiert wie ich auch. Das glaubt ein Neuling einem nicht, weil er diese Monate wie Dezember und Januar und Februar mit einer PV noch nie erlebt hat. Aber das ist bei uns kein Gefühl, das ist auch Wissen. Wir wissen, dass es da nicht funktioniert und dass man es besser so macht, dass man sich vernünftig an diese Regelung hält. Wie gesagt, im März, im Oktober, gucken, was ist der Nachtverbrauch und in dem Moment, wo seine Wärmepumpe anspringt, ist das Thema sowieso meistens schon durch. Martin hat glaube ich auch schon berichtet, dass abends um 7, 8 Uhr der Speicher schon wieder leer ist, weil am Tag schon nicht mehr genug eingespeichert werden kann. Und so ist es eben leider. Das ist die Realität und das ist nicht irgendein Gefühl, sondern die nackte Wahrheit. Gut, ich hoffe auch, wenn dieses Video schon wieder so ein bisschen, ja, so ein bisschen Papa-haft, so ein bisschen von oben herab leererhaft klingen mag, tut mir leid, sollt es nicht. Abonniert trotzdem den Kanal und betätigt die Glocke, damit ihr keine interessanten, wichtigen Videos verpasst und immer über die technischen Gegebenheiten vor Ort aufgeklärt werdet. Hoffe ich, dass ihr es macht und dass euch das nicht abschreckt und jetzt wieder die Speicherliebhaber unter euch hier wegklicken oder so. Macht was anderes. Die Leute, die einen Speicher mit Wärmepumpe haben, sollen mal ruhig in einem Video kommentieren, wie sich das bei denen im Winter so verhält und auch vielleicht mal ruhig mal sagen, wie groß ist die BV, wie groß ist der Speicher, und funktioniert da das Verhältnis? Einige haben ja auch einen Mörderspeicher. Ich glaube, der Ralf, der hat einen ziemlich großen, ich weiß nicht, ob der eine Wärmepumpe hat, aber er hat einen sehr großen Speicher. Wie funktioniert das im Winter? Kommt da wirklich noch was an oder nicht? Und könnt ihr ja mal unter das Video schreiben. Und wenn jemand eine andere Meinung hat und sagt, das ist toll, du bist ja so blöd, Thorsten, das ist ja alles total überholt, was du hier erzählst. Das hat mir letztens auch ein Zuschauer irgendwo kommentiert. Das ist komplett überholt mit dieser 1 zu 2 Ausrichtung, also Hälfte vom Dach als Speicherleistung. Dann bitte mal begründen, warum denn und wie das denn bei euch funktioniert mit 1 zu 1 oder sogar andersrum. Es gibt ja einen berühmten YouTuber, der eigentlich gar keinen eigenen Kanal hat, der sogar immer sagt, 2 zu 1, also der Speicher sogar doppelt so groß wie die PV, was natürlich mathematisch gar keinen Sinn ergibt, weil ja der Speicher dann so groß ist wie 5 Tage Verbrauch und das macht ja gar keinen Sinn. Klar, man kann da mal einen Regentag überbrücken, aber das lohnt sich ja einfach nicht. Das muss man ja mal reden. Man hat ja nicht, man spart ja nur so 20, 25 Cent an so einer Kilowattstunde. Davon kann man nicht so schnell einen Kilowatt Speicher bezahlen. Gut, was wollte ich denn noch sagen heute? Und zwar möchte ich ja mal eben ganz noch mal drauf auflesen. Ich habe ja letztens schon ein Video gemacht, dass der beste Inbetriebnahmezeitpunkt für Photovoltaikanlagen jetzt im Januar ist. Das heißt, wenn ihr jetzt noch Aufträge zu schreiben habt und ihr wollt im Januar ans Netz gehen, das heißt nicht, dass ihr erst im Januar baut, ihr solltet natürlich jetzt die Anlagen, die Aufträge auch mal rausgeben und sagen, jetzt geht's los. Die Solateure, zumindest die Solateure, mit denen ich zusammenarbeite, sind alle bereit, euch die Inbetriebnahme auch im Januar zu machen, was der von mir empfohlene Zeitpunkt ist. Aber logischerweise kann die PV natürlich auch in diesem Dezember schon ein bisschen helfen. Nicht viel habt ihr ja gerade gesehen, aber auch im November schon, wenn sie dann jetzt endlich mal gebaut wird. Also wer jetzt dieses Jahr noch bauen will oder wer im Januar in Betrieb gehen will, der sollte jetzt auch mal ein bisschen Stoff geben, dass die Aufträge an die Solateure gehen, damit da was auf die Dächer kommt. Wollte ich einfach mal gesagt haben, weil es ist schon ganz komisch, dass das einige Monate lang zögern, bis sie dann endlich einen Auftrag geben und sich dann drüber ärgern, dass der Solateure nicht nächste Woche vorbeikommt. Da müsst ihr euch natürlich dann überlegen, ihr stellt euch ja in eine Schlange, nicht? Und gerade jetzt mit KfW 442, da bildet sich schon eine Schlange. Also wenn die anderen schneller sind, dann, ja, gut, dann habt ihr Pech gehabt. Also deswegen meine Empfehlung, wenn ihr das dieses Jahr noch, beziehungsweise im Januar in Betriebnahme haben wollt, dann gebt das jetzt in Auftrag, auch wenn es irgendwie geht, wenn ihr durch seid, oder klärt zumindest ab, was noch an Fragen zu klären ist. Und in diesem Sinne, ciao, ciao!